Mit der Surface-Serie will Windows-Schöpfer Microsoft zeigen, dass sie neben einer ganzen Reihe von Tablets und Notebooks auch einen All-in-One-PC bauen können. Der Surface Studio 2 Plus mit seinem großen 28-Zoll-Display ist ein echter Brocken und mit über 5000 Euro alles andere als ein Schnäppchen. Ob der teure Spaß taugt, erfahrt ihr jetzt im Video. Von außen hat sich das Gerät im Vergleich zum normalen Studio 2, also ohne Plus, kaum verändert. Da muss man schon sehr genau hinschauen, um die Neuerungen zu entdecken. Auch beim Display gibt es auf den ersten Blick wenig Neues. Es bleibt bei einem Bildschirm mit verstellbarer Neigung mit einer Auflösung von 4500 x 3000 Pixeln. Das neue Display stellt jetzt aber farbend noch genauer dar. Zum Zeichnen oder Schreiben direkt auf dem Bildschirm bietet sich der bewährte Surface Pen an. Dabei lässt sich das Display sogar fast waagerecht nach unten neigen, um es wie ein Zeichenbrett zu nutzen. Die kräftigen Federn sorgen dafür, dass sich die Neigung dabei sehr genau einstellen lässt und auch gehalten wird. Die Federn sind sogar so kräftig, dass beim Auspacken Vorsicht geboten ist, um sich nicht die Finger zu klemmen. Wichtig beim Aufstellen ist auch, Abstand zu Lampen zu halten. Denn die Oberfläche spiegelt leider deutlich. Die wichtigste Neuerung sind aber die neuen Chips. Microsoft setzt weiter auf Intel und baut einen Core i7-11370H aus der Tiger Lake Serie ein. Nicht aus der aktuellen Alder Lake Serie. Das ist aber immer noch ein sehr leistungsstarker Notebook-Chip, dem der Spagat aus sehr viel Leistung und recht geringem Stromverbrauch gelingt. Denn im Normalbetrieb reichen dem Studio 2 Plus inklusive Bildschirm knapp 51 Watt. Und unter Volllast zieht er bis zu 190 Watt. Davon beansprucht aber den Großteil die GeForce RTX 3060. Beim Arbeiten konnten wir die Bestnote von 1,0 vergeben. Und fürs Zocken immerhin noch eine gute Note. Das schaffen nur sehr wenige All-in-One-PCs. Wer es genauer wissen will, bei reduzierter Auflösung laufen sogar grafisch aufwendige Spiele in DirectX 12-Technik mit 40 Bildern pro Sekunde noch flüssig. Bei älteren DirectX 11-Spielen waren sogar bis zu 227 Bilder pro Sekunde drin. Erst die Kombination aus DirectX 12 und voller Auflösung, also 6,5 Mal mehr Pixel als bei Full HD, bringt das Studio 2 Plus in die Knie. Da berechnete der Grafikchip im Mittel nur 15 Bilder pro Sekunde. Insgesamt arbeitet das Gerät im Normalbetrieb mit 0,1 Zone extrem leise. Wer da nicht gerade das Ohr auf den Monitorfuß mit der PC-Technik legt, der hört nix. Selbst in sehr ruhiger Umgebung. Und auch beim Rendern oder Zocken drehen die Lüfter nur leicht auf höchstens 1,1 Zone auf. Satte 32 GB RAM stehen dem Gerät zur Verfügung. Mehr ist hier nicht möglich. Und nachrüsten ist auch unmöglich, denn wie bei vielen All-in-One-PCs, die auf Notebook-Technik setzen, ist der Speicher fest aufgelötet. Genauso wie die fest eingebaute SSD. Diese ist sehr schnell, fällt aber mit 954 GB nutzbarem Speicherplatz für einen 5200 Euro PC vergleichsweise Mini aus. Wer da mehr Speicher braucht, für den sind externe SSDs der einfachste Weg. Die bekommen dann aber den perfekten Anschluss, denn drei USB-4-Buchsen mit Thunderbolt 4-Technik ist sogar für heutige SSDs noch überdimensioniert. Die Anschlüsse sitzen auf der Rückseite. Daneben gibt's noch die Netzwerkbuchse, zwei USB-A und einen Mini-Klinkeanschluss für Headset oder Kopfhörer, der aber eher ungünstig zu erreichen ist. Für Audio ist da eher ein Bluetooth-Modell die komfortablere Lösung. Tastatur, Maus und Stift finden natürlich drahtlos ihren Anschluss. Die Tastatur bietet ein gutes Schreibgefühl, nur Blindschreiber müssen sich bei der Eingabetaste umgewöhnen, die leider etwas gestaucht ist. Die Maus ist flach und liegt deshalb gerade für große Hände nicht ganz so gut in der Hand, lässt sich aber zumindest durch die symmetrische Form auch von Linkshändern nutzen. Das Microsoft Surface Studio 2 Plus ist ein echtes Top-Modell. Das Teil sieht wirklich sehr schick aus, ist bei Spielen richtig schnell und bleibt trotz viel Power sehr leise. Das sehr große und extrem scharfe Display ist eine Augenweide und eine prima Spielwiese für Leute, die gerne zeichnen oder Fotos bearbeiten. Deshalb erobert das Gerät auch Platz 1 unserer Bestenliste. Leider verlangt das Top-Modell dafür auch eine üppige Gage von über 5000 Euro. Autsch! Malte! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020